Was geht ab Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität zu den Weekly News. Ja, das habt ihr wahrscheinlich nicht erwartet, dass ihr die diese Woche bekommt, aber ihr wisst ja, der Voodoo ist fleißig und deswegen bin ich jetzt hier noch in San Francisco im Hotelzimmer und nehme das für euch schon mal auf. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das jetzt gerade guckt, sitze ich im Flieger zurück nach Deutschland und es gibt eine interessante News ganz am Ende von den Weekly News. Was jetzt folgt auf die GDC, da werdet ihr begeistert sein bestimmt und ja, es wird jetzt ein bisschen anders laufen, also ich habe natürlich jetzt hier keine zwei Monitor und kein gutes Equipment, deswegen sorry für die Mikrofonqualität, das ist jetzt hier dieses iPhone Teil. Ich kann natürlich mit meinem kleinen Koffer nicht so viel mitnehmen, aber wir schauen uns mal an, was es alles gab. Also GDC ist ja ganz klar, das war ja das Nonplusultra Thema, deswegen war ich ja auch für euch da. Ja, HTC hat zum Beispiel ein Lip Tracking angekündigt, das bedeutet, das wird wahrscheinlich nicht unbedingt für Consumer rauskommen, das soll eher für Entwicklung und Forschung sein, sodass man zum Beispiel Avatare besser animieren kann oder zum Beispiel sogar Lippen synchronisieren kann, bei Filmen oder sowas, wenn irgendwelche Synchronsprecher das machen, die dann in 3D-Grafik umgewandelt werden. Das ist sehr interessant, das soll für die Vive Pro erscheinen, allerdings ist noch nicht bekannt, wann das erscheint und wie viel das kostet. Wenn ich irgendwo die Möglichkeit habe, dann würde ich das natürlich testen, auf der GDC war es noch nicht möglich, das zu testen. Lip Tracking. So, als nächstes, ja da habt ihr wahrscheinlich schon mein Video gesehen und zwar ist die HP Reverb angekündigt worden. So sieht das Ding aus, hat 2160 mal 2160 Auflösung, das ist mal eine krasse Ansage und das merkst du diesem Ding auch an. LCD ist das, kein OLED. Ich habe wirklich mich, ich habe das Ding getestet, wenn ihr mein Review noch nicht gesehen habt oder mein First Impressions Video, schaut mal nach. Ich habe wirklich mich konzentriert, die Pixel zu sehen. Es ist, also du musst, um die überhaupt sehen zu können, musst du dich unfassbar anstrengen. Also es ist eigentlich, eigentlich ist es nicht möglich, das siehst du kaum. Also wer sich da noch darüber beschwert, da kann ich es halt auch nicht mehr ändern. 90 Hertz Refresh Rate und das Einzige, was mir halt noch negativ aufgefallen ist, ist halt wirklich das Tracking, weil wir nur diese beiden Kameras hier haben. Hier sieht man das auf dem Bild ganz gut, diese zwei Kameras und halt die fiesen alten Controller, die sind natürlich nichts. Und deswegen ist dieses Ding halt wirklich geeignet für Leute, die im Sitzen zocken mit vielleicht einem Controller, einem Lenkrad oder so Flightsticks, so einem Hotas. Weil da ist es ja egal, da brauchst du die Controller nicht. Und das Headtracking, wenn du hier sitzt und so, das ist ja kein Problem, auch mit den zwei Kameras nicht. Und deswegen, also für Simulationsfans ist das vielleicht gar keine schlechte Sache. Wobei wir haben LCD. Das heißt, wenn ihr was Dunkles zockt, merkt man natürlich auch wieder, dass das ein bisschen schimmrig, so weißer ist. Und das Ding soll tatsächlich für 599 Dollar erscheinen und zwar schon Ende April. Und ja, es erscheint auch in Europa. Also es gab ja da Gerüche, dass das bei uns nicht erscheint, aber das kann ich nicht bestätigen. Die haben mir gesagt, das erscheint in Amerika, Asien und Europa Ende April. Das HP Reverb. So, dann haben wir Vader Immortal. Da, das soll auf den sogenannten Star Wars Celebrations Event in Chicago am 11. April verfügbar sein. Das ist ja so ein Launchtitel für die Quest. Und jetzt, ja, ihr habt gesehen, Launchtitel für die Quest. Und Gerüchten zufolge gibt es die Quest am 11. oder 12. April. Da soll die verfügbar sein. Das wäre natürlich interessant, auf jeden Fall. Ich werde natürlich das Ding so schnell wie möglich besorgen, das ist klar. Und dann schauen wir uns mal an, was das denn kann. Dazu aber später mehr. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, noch ein bisschen früher das für euch alles auszuprobieren. Aber das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin gespannt auf Vader Immortal. Das ist ja so eine Serie, die wirklich speziell für die Quest sein soll. So, dann haben wir Space Junkies ist im Moment in der Open Beta. Ihr könnt das noch bis zum 25. glaube ich zocken. Und dann am 26. kommt es auch für, also kommt die Release-Version raus. Und wir können das Cross-Plattform zocken. Das heißt, zum Beispiel ein PSVR-User kann das mit der Oculus Rift zocken. So wie ich das verstanden habe. Also das ist ja sowieso, da möchte ich mich wieder bei Ubisoft bedanken, dass sie das machen. Das ist einfach absolut geil. Das freut mich riesig. Und ja, ich denke mal, dass ich das auch zocken werde nächste Woche mal. Ich habe es ja schon mal gezockt damals in der Beta und fand es gut. Und deswegen werde ich das sicherlich nochmal zocken. Space Junkies. So, Shadow Point, Leute. Oh yeah, das ist ein cooles Spiel. Das ist auf der GDC angekündigt worden. Und das soll auch für die Oculus Quest erscheinen. Und das ist halt so ein Puzzle-Spiel, wo wir halt wirklich durch verschiedene Welten, ihr seht das hier zum Beispiel, sind ein paar coole Screenshots dabei. Das ist eher so Comic-mäßig gemacht. Also auch, soll sicherlich auch Kinder ansprechen. Und ja, da können wir zum Beispiel Puzzle lösen. Zum Beispiel hier müssen wir dann irgendwie mit Lichtstrahlen irgendwas ausfindig machen und so. Das ist eine Welt, wo wir uns wirklich nicht da irgendwie auf Bildern bewegen, sondern wirklich, wir können Free-Lokomotion haben, Snap-Turn und Teleport. Und das soll halt alles wirklich mit der Oculus Quest laufen und dann auch gleichzeitig mit der Oculus Quest erscheinen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Shadow Point. Ja, das haben wir alle schon gesehen. Da brauche ich nicht viel drüber zu sagen. Beat Saber ist als Oculus Quest Launch-Titel bestätigt. Und das ist natürlich, ich meine, das ist ja Schwachsinn, das nicht zu machen. Natürlich. Ich habe mit so 100% damit gerechnet und jetzt ist es halt nochmal bestätigt. Und es ist natürlich auch geil. Das ist der absolute Systemseller. Man munkelt sogar, dass es vorinstalliert ist und das ist natürlich absolut Premium. Und ja, deswegen bin ich froh, dass das rauskommt. So, dann haben wir das Pico Neo 2. Pico Neo 2 heißt das. Das ist ein Headset, das basiert auf dem Qualcomm-Referenz-Design. Es gibt noch keine Bilder davon. Das soll in der zweiten Hälfte dieses Jahres erscheinen und wird wahrscheinlich sehr, sehr teuer. Das wird wahrscheinlich über 1000 Dollar kosten. Und deswegen, also das Developer-Kit kommt dann wahrscheinlich raus. Und es soll die Vive-Plattform unterstützen, aber wahrscheinlich auch SteamVR. Und das Interessante an diesem Ding ist halt, dass das quasi einen TP-Cast eingebaut hat. Das heißt, es wird über Funk übertragen an den PC. Und wir können alle Spiele dann zocken, schnurlos. Also komplett schnurlos. Und das soll halt wirklich dann auch vernünftiges Tracking und alles haben. Ich bin sehr gespannt. Das könnte vielleicht für einige Leute, die wirklich Wireless lieben, könnte das sehr interessant sein. Mal gucken, ob ich irgendwo die Möglichkeit habe, das auszuprobieren. Auf der GDC war es leider noch nicht der Fall. Das Pico Neo 2. So, dann haben wir einmal das, was haben wir hier? Achso, das ist das Referenz-Design von der Qualcomm-Brille. Also so sieht das halt aus. Und das basiert da halt auf dem, das Pico Neo 2 basiert dann halt hier da drauf. Snapdragon 845. So sieht es aus. So, und das ist natürlich der Brüller diese Woche gewesen. Die Oculus Rift S ist angekündigt worden. Und ich habe sie als erster ausprobieren können von der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal. Und ich habe als erster in der Schlange gestanden und habe natürlich für euch dann direkt das erste Eindrucksvideo geschildert. Ich habe Asgard's Rift gezockt. Wir haben jetzt ein LCD-Pendel, das hat 2560x1440 mit 80 Hertz. Und das Feed of You kam mir tatsächlich etwas kleiner vor als bei der alten Rift. Das hängt aber von der Kopfform ab. Manche haben gesagt, es ist ungefähr gleich. Die Entwickler sagen sogar, es ist ein bisschen größer. Mir kam es ein bisschen kleiner vor. Und ja, da meckern natürlich jetzt viele drüber zurecht, dass Oculus eher mit den Werten ein bisschen runter geht. Ich hätte das anders gemacht. Ich hätte die Werte entweder gleich oder ein bisschen höher gemacht. Wahrscheinlich hätten die Leute nicht gemeckert, wenn das Feed of You ein bisschen höher wäre und die Herzzahl einfach auf 90 geblieben wäre oder so. Aber gut, es ist halt die Entscheidung von Oculus. Aber Leute, bei der ganzen Meckerei dürfen wir nicht vergessen, dass diese Brille trotzdem gut ist. Das ist kein Schrott. Da müsst ihr euch unbedingt drüber im Klaren sein. Das ist kein Muppet. Ich hatte viel Spaß mit diesem Ding zu zocken. Und deswegen, manche haben das als Schrott bezeichnet. Das kann ich nicht bestätigen. Es ist nicht das, was wir erwartet haben. Das ist klar. Aber es ist definitiv kein Scheiß. Und ich persönlich werde meine Rift eintauschen gegen die Rift S. Weil die Rift S sehr, sehr bequem ist. Ich hatte große Probleme mit der ersten Rift. Die, die mich schon länger kennen, wissen das. Und deswegen bin ich persönlich sehr froh. Und da ich auch ein großer Fan von gutem Tracking bin, war ich maximal geflasht von dem super Tracking, was diese Brille hat. Ich habe wirklich auf Biegen und Brechen versucht, das Tracking zu killen. Es ist mir nicht gelungen. Es ist absolut perfektes Tracking gewesen. Auch hinter dem Kopf und hier und da. Das war überhaupt kein Problem. Auch bei Shootern, wenn man das so voreinander hält, ist das bei Weitem besser als Windows Mixed Reality Headset. Weil die Kameras an der Seite können auch noch so ein bisschen nach vorne gucken. Und wenn du das so hältst, dann hast du halt von zwei verschiedenen Seiten. Und oben die Kamera kann auch noch so ein bisschen nach vorne gucken. Die kriegt das schon gut hin. Das ist schon krass. Und das Ding soll halt irgendwann, also laut meinem Kenntnisstand soll das halt April noch verfügbar sein. Und 399 Dollar kostet das. So sieht es aus. Die Oculus Rift S. Wer meinen ersten Eindruck noch nicht gesehen hat, Video, das könnt ihr auf meinem Kanal finden. Schaut einfach mal nach. Und dann erzähle ich noch ein bisschen mehr dazu. Und zeige auch noch detaillierte Bilder dazu. Die konnte ich nämlich da auch schießen. Oculus Rift S. Ja, und die nächste coole Nachricht ist auch, dass es viele Apps geben wird, die, wenn ihr die kauft, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, The Climb kommt ja auf der Quest raus und viele haben das ja schon für die Rift. Und Oculus sagt halt, wir überlassen die Entscheidung den Entwicklern, ob sie das supporten, ob sie das wollen, dass ein Titel, den ihr schon gekauft habt, auch direkt für die Quest verfügbar sein wird. Und Oculus sagt, die meisten werden das unterstützen, außer einige Spiele, die wirklich extrem viel aufwendiger sind oder ganz anders funktionieren auf der Quest als auf der Rift. Da werdet ihr wahrscheinlich zweimal kaufen müssen. Aber so Sachen wie The Climb zum Beispiel, also ich habe das schon in meiner Bibliothek und dann gehe ich davon aus, wenn die Quest erscheinen, dann kriege ich das direkt verfügbar gemacht für die Oculus Quest und kann das dann auch direkt zocken. Das ist eine coole Sache. Ist halt nicht von Oculus abhängig, sondern von den Entwicklern. Cross-Buy nennt man das. Und Cross-Play wird es auch geben, das heißt, wir können, wenn zum Beispiel einer auf der Quest zockt, kann der mit jemandem auch mit der Rift zusammenzocken im Multiplayer. Das ist auch überhaupt kein Problem. Coole Sache. Asgard's Wrath konnte ich, wie gesagt, zocken mit der Rift S. Und ich hatte großen Spaß mit diesem Spiel. Jetzt mal ganz abgesehen von der Hardware von der Rift S, aber das hat so viel Spaß gemacht. Ich war so begeistert davon und eindrucksvoll war halt, du hast das Schild so und haust den Gegner, konnte ich so richtig weghauen mit dem Schild. Und das hat mir richtig so das Feeling gegeben. Das hat so richtig cooles Treffer-Feedback. So Bäm, der fällt dann so zurück oder so. Und dann haust du den mit dem Schwert in zwei Stücke. Und wow, ich war unglaublich begeistert von der Wucht von diesen Nahkampf-Szenen. Ich werde sehr bald mehr davon zocken können, gleich mehr dazu. Asgard's Wrath, da können wir uns wirklich sehr, sehr drüber freuen. Ja, Valve, ich war tatsächlich auf der Konferenz dabei, bei Valve. Und alle haben da gesessen so, kommt denn was, kommt denn was? Nix. Es kam tatsächlich nix, aber es wurde gegenüber Upload VR bestätigt, dass das in nicht sehr weit entfernter Zukunft eine Ankündigung gibt bezüglich Valve, dass da VR-mäßig was rauskommt. Und das ist natürlich ziemlich cool. Da freue ich mich drüber, dass das irgendwann rauskommt. Also das VR-Headset natürlich, die Knuckles-Controllers und Half-Life VR. Das sind ja die Sachen, die wirklich dann quasi anstehen. Sobald es natürlich was Neues darüber gibt, werde ich euch darüber berichten. Nintendo. Ja, 64 Spiele kommen da. Ihr wisst natürlich, das ist alles natürlich eine ganz krasse Casual-Spielerei. Hier ist zum Beispiel eins von den 64 Spielen, die zum Launch kommen sollen. Ihr seht hier zum Beispiel, dass der hier sitzt und hat dann hier diese Knarre in der Hand und schießt dann auf diese Aliens drauf und hält das dann halt so fest und kann halt so da durchgucken. Das ist bestimmt ganz lustig. Ich freue mich da drauf. Ihr braucht natürlich die Nintendo Switch dafür. Und Nintendo hat mir auch schon bestätigt, dass ich so ein Gerät bekomme zum Testen. Und dann schauen wir uns das einfach mal an. Ich gehe völlig erwartungsfrei da rein. Ich weiß natürlich, dass das um Gottes Willen nicht mit Pimax oder irgendwas vergleichbar sein wird. Aber wir schauen uns das einfach mal an. Vielleicht ist es ja, es kommt ja letztendlich immer auf den Spaß drauf an. Und 64 Spiele zum Launch, das ist natürlich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja, dann noch eine kleine Meldung, die kam hier noch später rein. Und zwar Oculus will für die Rift S vielleicht so Over-Ear Accessoires anbieten. Und zwar ist das im Moment so, dass ihr hier wie bei der Oculus Go so kleine Schlitze habt, wo der Sound rauskommt. Der hört sich jetzt natürlich nicht unglaublich gut an. Könnt ihr euch sicher vorstellen. Ich habe das ausprobiert. Aber ihr könnt, ihr habt dafür die Ohren frei. Und ich persönlich mag das sehr gerne, wenn ich die Ohren frei habe. Ihr könnt allerdings auch mit diesem Audio-Jack da 3,5mm Klinken stecken, könnt ihr eure eigenen Kopfhörer anschließen. Aber wie gesagt, Oculus will vielleicht noch sowas wie die Mantis-Kopfhörer, dass du es nachträglich draufstecken kannst. Wir wollen die für die Rift S anbieten. Und ja, für den einen oder anderen ist das sicherlich was. So sieht es aus. So Leute, jetzt kommt der Knaller. Ihr wisst, ich bin jetzt gerade im Flugzeug, wo ihr das schaut. Oder wenn ihr das sonntags schaut zumindest. Und ich werde 2,5 Tage arbeiten. Ich werde in Deutschland wieder sein. Montag, Dienstag und Mittwoch den halben Tag. Und dann geht es back to the US. Zurück in die USA. Und da werde ich tatsächlich schon wieder sein. Und ich bin auf der Pax East. Wow. Die Pax East wird ziemlich, was VR angeht, Oculus sein. Also Oculus hat mich auch tatsächlich dazu eingeladen, dass ich dort die ganzen neuen Sachen ausgiebig spielen kann. Ich werde die Quest und die Rift S sehr, sehr ausgiebig zwei volle Tage lang spielen können für euch. Und dann werde ich natürlich einen längeren, einen Langzeiteindruck mal haben. Wie ist das denn überhaupt? Wie lange hält der Akku? Und wie ist das überhaupt? Schwitzt man da drunter? Oder wie ist das denn alles? Und vor allem natürlich, wie sind die Spiele, wenn man sie auch mal ein bisschen länger zockt? Asgard's Wrath oder Stormlands oder sowas. Und es wird sicherlich vielleicht noch die eine oder andere neue Ankündigung geben. Und da bin ich für euch auf der Pax East. Und zwar den Donnerstag und den Freitag. Weil dann muss ich wieder zurück. Weil ich muss ja dann auch wieder arbeiten und alles. Es ist verrückt im Moment. Es ist absolut krass. Und ja, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal mache. Und es ist einfach der absolute Hardcore krasse Scheiß. Ich bin sehr viel auf Reisen. Und es schlaucht, es ist stressig, aber es macht unglaublich Spaß. Ich bereue keine Minute, die ich hier auf der GDC war. Und ich werde auch sicherlich die Pax East nicht bereuen. Und ja, deswegen möchte ich mich natürlich nochmal bei meinen Patreons bedanken. Es sind wieder tatsächlich welche dazugekommen. Und zwar ist das der Michael, der Martin, der Lukas, der Lutz, der MKH42, der Double Frack und der Lucien. Tausend Dank, Leute, dafür. Ihr seid geil. Und wir haben jetzt das Ziel geknackt. Ihr seht es hier. Wir sind über 500 Dollar im Monat. Das ist, was heißt das Ziel geknackt? Also, ich meine, die erste große Etappe ist geknackt von meinem ersten Ziel. Und zwar, wisst ihr ja, ich möchte expandieren. Ich möchte ein größeres Studio haben. Deswegen werde ich meine derzeitige Wohnung komplett zu einem Studio umbauen, sobald ich die 1000 Dollar im Monat erreicht habe oder wir zusammen. Und deswegen nochmal die Bitte an euch, wenn ihr irgendwie Bock habt, mich zu supporten, ich würde es euch sehr danken. Ihr könnt es ab einem Dollar hier im Monat tun. Hier, zack, geht das. Und dann könnt ihr mich unterstützen, wenn ihr ein bisschen mehr ausgeben wollt. Ein bisschen mehr. Hier zum Beispiel ab 20 Dollar kriegt ihr dann auch die Möglichkeit, dass ihr in jedem meiner Abspanne erwähnt werdet. Übrigens, sorry jetzt für diesen Abspann, der jetzt kommt. Ich habe hier nur meinen Laptop dabei. Da ist noch die alte Version vom Abspann drin. Deswegen wird das ab den nächsten Videos wieder. Ich bin halt hier nicht so Equipment-mäßig gut ausgestattet. Habe jetzt einen alten Laptop hier noch dabei. Und deswegen aber, ihr werdet dann natürlich ab 20 Dollar in allen Abspannen erwähnt. Ja, es sieht im Moment gut aus. Also wir sind auf einem guten Weg. Und wenn ich dann die 1000 Dollar erreicht habe, dann geht das richtig krass los. Dann kann ich wirklich euch auch schönen Content, noch schöneren Content bieten. Besseres Unboxing-Studio und sowas alles. Da bin ich gespannt. Ja, wie gesagt, wäre geil, wenn ihr mich supporten würdet. Ich würde das sehr, sehr schätzen. Das wisst ihr ja auch. Und es gibt ja auch immer sehr viele hinter den Kulissen-Videos. Zum Beispiel meine ganzen Patreons wussten vorher schon, dass ich auf die Pucks fahre. Also ihr erhaltet viele Infos schon früher dann. Und das wäre geil. Ja Leute, das war die Weekly News von dieser Woche. Das ist absolut cool, dass ihr wieder reingeschaut habt. Und ich hoffe, das gefällt euch, dass ich so oft und so weit für euch unterwegs bin. Das wäre cool, wenn ihr mir dann einen Daumen nach oben gebt und ein Abo. Und vielleicht, wie gesagt, mich auch supportet. Das wäre der absolute Traum. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich sehe jetzt mal zu, dass ich wieder in Deutschland lande. Und mich für zwei Tage wieder einlebe, damit ich wieder zurück kann. Danke, bis zum nächsten Mal Leute. Haut rein. Ciao.